heute machen wir mal wieder ein video über bros das heute gibt es ein kleines video über weihnachten eine kleine reaktion um brony days mit weihnachten was sind sie? the weihnachtsbrother ja mal rum na guck den oh oh guck den mach, bam yeah ja cool cool habt ihr das schon mal so gesehen? das war es schon das ist ja mega broad stars happy brody days und das war es dann das gleich bekommen dann schiebt man gleich das neue feuer frei okay das ist ja auch hier muss man ja noch groß und gestern schon mal gesehen oder ist das von gestern klar das haben wir gestern dass sowohl die ende gleich durchdrehte richtung weihnachten ja die haben es trotzdem lieb genau hier ich war vor dem ex genau der 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 genau das haben wir gestern schon mal kurz Genau, Coco Palver, genau, und Sally Nani auch, genau, cool, wow, mega cool, jawohl, so, eigentlich wollten wir nur mit Weihnachten machen, jetzt ist es dann doch ein bisschen was anderes geworden, das macht aber nichts, so, auf alle Fälle machen wir jetzt eins, wir wünschen euch, Weihnacht, viele Weihnachten, ne, wir wünschen schöne Weihnachten, und wir sehen uns dann morgen wieder, genau, und wie gesagt, heute fleißigen Weihnachtsmann, danke, dass ihr auch unsere Videos schaut, danke, dass ihr euch alle mega doll liebt, da mygames und da mygames, Junio, die Toilette, bis jetzt war es ein schönes Video, bye bye, bye bye,